Dies ist ein Unboxing Video der AirBot Express aus dem Jahr 2012. Die ist ja jetzt dieses Frühjahr rausgekommen und hat sich im Formfaktor entscheidend verändert. Sieht ähnlich aus wie so ein Apple TV. Ich mache das Ganze mal auf. Die Verpackung, hinten nochmal kurz die Anschlüsse und die drei Main Features. Also Feature ist ja einmal, das ist eine kleine WLAN-Station. Weiterhin ist ein Feature, dass man damit einfach Drucker direkt anschließen kann oder andere USB-Medien, weil diese AirBot Express hat ja jetzt eben einen USB-Anschluss bekommen. Hier sieht man sie. Eingepackt in Folie und in Fleece nochmal als Extraschutz. So, hier kann man das auch abziehen. Dann sozusagen, dass die Seite nicht zerkratzt. Jetzt nicht. Aber ihr könnt euch das gut vorstellen. Und dann noch hier unter dieser Hülle liegt fein säuberlich eingedreht das Netzwerkkabel und ein Einrichtungsassistent, der etwas dicker ist, denke ich in unterschiedlichen Sprachen. Alles in allem war es das mit diesem kurzen Unboxing-Video. Ich hoffe, ihr habt es genossen, wie man so viele Auspack-Videos im Internet genießt. Viel Spaß, euch einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.